Rasensäen ohne Walze. So einfach geht's. Wenn Sie sich gefragt haben, ob Sie Ihren Rasen nach dem Aussehen walzen müssen oder nicht, dann sind Sie hier richtig, denn diese Frage wollen wir in diesem Video beantworten. Zunächst klären wir dazu einige Dinge zur Aussaat an sich und schauen uns dann an, wie Sie auch ohne Rasenwalze einen wunderschönen grünen Rasen in Ihrem Garten haben werden. Was ist der beste Zeitpunkt zur Aussaat? Theoretisch können Sie Ihren Rasen zu jeder Zeit im Jahr aussäen. Grassamen sind auch für die kalte Jahreszeit vorbereitet und sehr widerstandsfähig gegen die Kälte des Winters. Der Frühling ist jedoch die empfehlenswerteste Jahreszeit für die Aussaat von Grassamen. Die meisten Gärtner sind im April oder im späten Frühjahr Ende Mai bereit dazu. Andere bevorzugen den Frühherbst oder Spätsommer, etwa im August oder September. Diejenigen, die sich für den Herbst entscheiden, liegen hier oft richtiger, denn dies ist die beste Jahreszeit für die Aussaat, die Bedingungen sind hervorragend und auch die Keimzeit ist viel kürzer. Meistens ist man dann aber doch eher im Frühjahr dazu geneigt, neuen Rasen auszusehen oder kahle Stellen im Rasen zu reparieren. Wichtig ist dann, dass man auf die geeignete Bodentemperatur achtet, denn eine schnelle Keimung garantiert immer die besten Ergebnisse. Im Allgemeinen hängt der Erfolg des Keimungsprozesses in hohem Maße von der Bodenfeuchtigkeit und im gleichen Zug auch von der Bodentemperatur ab. Deshalb müssen Sie diesen beiden Aspekten größere Aufmerksamkeit bei der Aussaat schenken, denn wenn die Samen zu früh ausgesät werden, ist die Temperatur noch sehr niedrig und die Samen keimen nicht und gehen nicht auf. Die Temperatur des Bodens sollte hier mindestens 10 Grad betragen, damit die Samen unter optimalen Bedingungen keimen können. Diese Bodentemperaturen sind meistens gegen Mitte Mai erreicht. Aus dem gleichen Grund ist übrigens der Herbst die ideale Jahreszeit für die Aussaat, da die Wurzeln des Rasens bei einer Aussaat zu dieser Jahreszeit sehr fest im Boden verankert werden und das Gras sehr dicht wächst. Dies geschieht, weil alle für das Wachstum wichtigen Faktoren, das heißt Sonne, Wärme und Licht, zu diesem Zeitpunkt im Überfluss vorhanden sein sollten und ein harmonisches und schnelles Wachstum des Grases begünstigt wird. Im Herbst können Sie einen neuen Rasen anlegen oder auch einen alten mit Rasenfugen ausbessern. Im Herbst kommt zusätzlich der Vorteil hinzu, dass es hier häufiger regnet und das Saatbeet so immer feucht gehalten wird. Das Wetter ist auch in thermischer Hinsicht ideal, da die Bodentemperaturen hier konstant über 10 Grad liegen sollten insofern sie natürlich nicht zu spät aussehen. Zusammengefasst kann man also sagen, wenn Sie Ihren Rasen im Frühjahr sehen, wird es etwas schwieriger als im Herbst, wobei die Erfolge wie gesagt vor allem von Bodentemperatur und Bodenfeuchtigkeit abhängen. Warum walzt man überhaupt? Walzen ist ein sehr wichtiger Arbeitsschritt nach der Aussaat. Nachdem der Boden vorbereitet und der Rasensamen gleichmäßig verteilt wurde, sollte die gesamte Fläche normalerweise mit einer geeigneten Rasenwalze kreuz und quer gewalzt werden. Aber warum eigentlich? Das Walzen gleicht Unebenheiten aus und verdichtet den Boden gleichmäßig. Außerdem schützt es das in dem Boden gepresste Saatgut vor Vögeln und anderen Saatguträubern. Es schützt die Rasensamen auch vor Niederschlag, sodass diese auch bei stärkerem Regen nicht weggespült werden und es schafft besseren Bodenkontakt, was dann wiederum eine einfachere Keimung mit sich bringt. Sie würden dieses Video wahrscheinlich aber nicht anschauen, wenn Sie eine Rasenwalze zu Hause haben. Die Frage ist also, welche geeigneten Ersatzlösungen es gibt. Und hier geht es jetzt einfach darum, die ganzen Vorteile des Rasenwalzens durch geeignete Ersatzlösungen ebenfalls herzustellen. Die Unregelmäßigkeiten können Sie beispielsweise einfach durch eine Gartenhake ausgleichen. Das ist natürlich deutlich anstrenger und erfordert gutes Augenmaß, aber mit etwas Zeit und Kraft schaffen Sie es, Ihren Rasen zumindest einigermaßen zu ebnen, um größere Unebenheiten auszugleichen. Sie sollten natürlich auch verdichten. Dichte Böden, die nicht gewalzt werden sollten, sind meist sehr lehmig oder tonig. Wenn Sie jedoch keine Kenntnisse über die Bodenarten haben, können Sie sich auch auf Gefühl und Aussehen verlassen. Wenn eine Erde beim Zerbröseln sehr fest und klumpig aussieht, ist es eher ratsam, sie nicht zu walzen. Es kann natürlich sein, dass Sie Ihren Boden gar nicht verdichten müssen. Das ist vor allem bei lähmigen oder tonigen Böden der Fall. Sollten Sie den Boden verdichten müssen, achten Sie hier vor allem auf Gleichmäßigkeit. Ansonsten kommt es erneut zu Unebenheiten und Ihr Rasen sieht am Ende nicht schön gleichmäßig aus. Als Beispiel könnten Sie hier ein Holzbrett benutzen und hier mit dem Boden gleichmäßig festdrücken. Mit diesem Verfahren können Sie sicherstellen, dass die Zinken der Hake das Saatgut einige Zentimeter in den Boden führen und so eine perfekte Abdeckung des Saatguts im Boden gewährleisten. Dadurch werden die Samen mit Erde oder Sand geschützt und je nachdem Boden, in welchen Sie die Grassamen einpflanzen wollen, können Sie auch ein geeignetes Material zur Bodenverbesserung wählen. Aus schweren Böden mit tomem Tongehalt können Sie Sand streuen und bei sehr leichten Böden kann eine Schicht Gartenerde erfolgreich zugefügt werden. Haken als Schutz gegen Abschwemmung Natürlich wird eine gut gesäte Saat auch starken Regenfällen standhalten. Aber es besteht bei zu starken Regenfällen natürlich immer noch die Gefahr von Überschwemmungen. Deshalb kann selbst gut gesätes Saatgut weggeschwemmt werden. Durch das Haken hat die Rasenfläche jedoch eine viel geringere Dichte und die Wassermengen werden vom Boden gut zurückgehalten. In diesem Fall ist die Gefahr des Auswaschens von Rasen viel geringer. Balzen oder nicht? Die abschließende Entscheidung. Sie haben nun viele nützliche Informationen über die Vor- und Nachteile des Einsatzes von Rasenwalzen gesammelt und wir denken, dass Sie ganz einfach entscheiden können, ob Ihr Rasen gewalzt werden muss oder ob Sie auch ohne den Einsatz von einer Rasenwalze hinkommen. Wie wir gesehen haben, können alle Schritte dieses Prozesses sehr effizient mit anderen Methoden durchgeführt werden, obwohl der Aufwand, vor allem der körperliche, oft größer ist. Aber wie wir bereits erwähnt haben, ist es viel besser, auf zusätzliche Verdichtungsmaßnahmen zu verzichten, wenn Ihr Rasen sowieso schon schwer und dicht ist. Natürlich bleibt es Ihnen überlassen, welche Methode Sie wählen, aber es gibt immer einige Entscheidungsfaktoren, die Sie berücksichtigen sollten, bevor Sie mit der Aussaat Ihres Rasens beginnen. Wir wünschen Ihnen ganz viel Erfolg und natürlich einen wunderschönen Rasen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann lassen Sie uns doch gerne einen Daumen nach oben da. Für mehr Informationen zu dem Thema aus diesem Video besuchen Sie ganz einfach unsere Website www.hausundgarten-profi.de oder abonnieren Sie ganz einfach diesen Kanal. Vielen Dank und wir freuen uns schon, Sie beim nächsten Video begrüßen zu dürfen. Wir sehen uns schon, Sie beim nächsten Video begrüßen zu dürfen.